Wir wissen, dass du dumm bist. Das würdest du dir selbst natürlich nie eingestehen. Genauso wenig wie die anderen 82 Millionen Menschen in Deutschland. Aber wir haben viel Geld für Marktforschung ausgegeben. Wir haben dich und alle anderen lange beobachtet. Und wir wissen mit Sicherheit, ihr seid alle dumm. Deshalb erzählen wir dir, dass die Atomkraft eine umweltfreundliche Art der Energieerzeugung ist. Auch wenn die Asse gerade absäuft. Deshalb versichern wir dir, dass Atomkraftwerke zuverlässig funktionieren. Auch wenn die Hälfte der Meiler gerade stillsteht. Deshalb predigen wir dir Sparsamkeit und beteuern, dass die Atomkraft besonders wirtschaftlich ist. Auch wenn wir gerade Milliardensubventionen einstreichen, die von deinen Steuern bezahlt werden. Deshalb tun wir so, als hätte die zivile Nutzung der Atomkraft keinen militärischen Hintergrund. Auch wenn vermeintlich zivile Atomkraftwerke, wie seinerzeit der Reaktor in Tschernobyl, in der Lage sind, waffenfähiges Plutonium zu produzieren. Und obwohl zivile Urananreicherungsanlagen, wie die im westfälischen Gronau, auch den Stoff für eine Bombe liefern können. Ein Glück, dass du so dumm bist. Wenn ihr nämlich schlau wärt, du und all die anderen, dann hätten wir ein Problem. Denn eure Dummheit ist unser Geschäft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020